Ich kann schon mal hier, während ich da kämpfe, wieder die Quest raussuchen. Welches Level hat die denn? 45. Ja, die ist das. Telefon, 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 nicht da drüben. Naja, nicht für mich diesmal wahrscheinlich, aber es klingelt halt so herrlich. Ja, irgendjemand wird schon drangehen. Ich gehe auf jeden Fall nicht dran. Na, ist ja schon still. So, und die nächsten drei Grünen. Nochmal drei und dann müssen wir nochmal drei haben. Muss eigentlich gut sein. Wo sind wir jetzt hier noch da drüben? Muss surfen. Ungern, ungern. Haben wir hier nichts mehr? Gar nichts? Ist ja wirklich hier so gar nichts. Müssen wir den halt einfach nehmen. Femse. Und jetzt haben wir da noch einen. Wieder der grün ist. Den nehmen wir direkt mal mit. Komm, komm und du direkt jetzt hier auch mal. Bam. So, und wir dürfen abgeben gehen. Das funktioniert da vorne. Hier drin einmal reinquetschen. So, dann abgeben. Okay. Jetzt werden wir hier irgendwie wieder... Da geht's raus. Nein, da geht's rein. Weiter rein. Da geht's raus. So. Jetzt müssen wir zu den Ruinen. Jetzt haben wir irgendwie... Irgendwie... Also, okay. Der Tower ist... Da vorne. Sollen wir mal hin. Und da rein. Und da geht's. Sooo... Runs inside the tower, no access quest. Ja, da müssen wir jetzt rein. So, und dann müssen wir, glaube ich, dorthin. Wir müssen da irgendwie so ein Fass kriegen und dann wieder zurück. Wo ist denn das Fass? Hm. Sir, tap can be found. Ach so, unser Lower Level. Ah. Also müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen. Warum auch nicht? Haben wir immerhin mal was wieder zu tun. Ich sag mal mehr oder weniger was Sinnvolles, ne? So. Mhm, 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 mhm. So wie ich das jetzt gelesen habe, müssen wir dann hier nochmal rein. Müssen wir irgendwie nochmal zurück und dann irgendwie zu der Königin hin oder so. Ich schleiche mich einfach mal da rum vorbei. So. 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 Direkt zwar auf einen Streich. Aber die sind nicht in einer Gruppe. Natalia... Da. Tak. Taktakt So, dann hier links Ich drehe mich schon mal wieder in die Richtung Nicht, dass ich wieder vergesse Beziehungsweise in die falsche Richtung Schon mal gut Gut, dass alle ankommen Ist doch nicht mehr ganz gereicht So Die sind alle Fertig? Hier entlang Da entlang Da weiter Und da können wir wieder kämpfen Da haben wir wieder ein Bienchen So Ach ja Noch einmal So Ich pohre uns hier aber gleich dann auch raus Dann müssen wir nicht hier wieder rauslaufen Denn das wäre mir dann glaube ich doch wieder ein bisschen zu viel So Nebenbei suche ich schon mal meine Aufgabenblätter raus Einmal ausdrucken Takt Und das druckt Beziehungsweise ich will das sowieso erst nachher Ich vergesse das immer zu drucken Dann stehe ich morgen da noch doof Dann stehe ich morgen da noch doof Unde Danke Unde 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 K